Danke an die Bavaria fürs Glück bringen! Danke an die Bavaria für den heutigen Tag mit dem Mix-Team. Die Menge war großartig. Wir bedanken uns bei allen, die gekommen sind und uns da unterstützt haben. Das Feeling kam auf jeden Fall an. Wir haben einen sehr aufregenden Wettkampf gehabt. Haben es auch spannend gemacht für das Publikum und sind natürlich sehr froh, dass es ausging. Das ist großartig. Das trifft. Ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Ich glaube, das dauert ein paar Stunden, Tage, bis ich das verarbeitet habe. Meine erste EM-Teilnahme, dann zwei Medaillen. Das ist schon ein Traum. Und dann auch noch daheim mit meinen ganzen Fans. Ich weiß nicht, das ist echt Wahnsinn. Die SPL-Unfrasil 1 und 2 fangt. Die SPL-Unfrasil 4. Der ist die St Estado, denn wir können euch das sagen. Ich möchte euch das sagen, wir können euch das sagen, wir müssen uns das sagen. Michael-Krappel. Wenn euch das zu Hause machen, dann glaube ich es nicht. Michael-Krappel. 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 Es ist die E-T-A-N! Nein! A-T-A-N! Es ist die E-T-A-N! Hinter mir sehen Sie die Bogenschützinnen und Bogenschützen aus ganz Europa. 2022 ein ganz besonderes Jahr. Es findet die Europameisterschaft Bogen-WA hier in München statt. Unser Bogenplatz ist 2019 neu gebaut und eingeweiht worden. Ein ganz besonderes Stolzimmer, dass eben die Europameisterschaft Bogen-Häuer hier stattfinden kann. Ich bin jetzt auch wieder in das Stadion reingelaufen und ich habe überall Gänsehaut gehabt und habe einfach versucht, diese Emotionen aufzunehmen, mich einfach zum Freien. So viel strahlende Bogenschießgesichter zu senken, das ist einfach Wahnsinn. Und das ist ein riesiger Schritt für den Bogensport in Deutschland.